Ups, I am very, very stupid. Ah! Ich bin so alt. Und dann fragt sie dieses Pärchen so, im Kinosaal? Also braucht ihr einfach nur das, Salat und gute Burger Buns. Und dann habt ihr einfach den veganen Long Chicken. Ich bin so süß. Manessa? Kaya? Oh, wie sehr süß. Danke, Madame. Wir sind gerade im Plan. Wir planen diesen Vlog gerade und wir wissen nicht, was wir für den Vlog machen. Ups, I am very, very stupid. Why are you filming? I thought we were still writing the script. Ja, bist du schockiert? Just let me cut the video, okay? It is a good place for a white dog. Vanessa wollte, dass ich das nochmal einfriere. Sie sitzt auf uns. Kaya, wie fühlst du dich dabei? Sie sitzt nie auf uns. Kaya, also die Statistik sieht nicht gut aus. Was kannst du mir zur Performance sagen? It is because you are stupid. Du musst Content liefern. Du musst mir genau sagen, was deine... Nee, nee, du gehst jetzt nicht weg. Du hast hier noch ein Gespräch am Laufen. I guess you are right. Sitz, genau. Kannst du mich bitte angucken? Guck mich an. Wenn du mir schon mal einen Platz wegnimmst, dann mach auch die Arbeit. Ist ehrlich. Mittag. Mina work. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Das ist halt ne neue Kamera, Leute. Es ist echt gruselig, irgendwann. Sehr schön. Hier ist noch so'n Schönheitseffekt. Ja, den brauchen wir nicht. Was geht ab? Ist das jetzt mit Weitwinkel? Das ist ohne. Mit Weitwinkel? Ich hab's kaum gesehen so. Ja, ein bisschen besser sogar. Ich glaube auch, oder? Ah! Mehr Knöpfe hat das Ding nicht, ne? Nee. Weil irgendwie muss man doch ganz schnell von so einem kleinen Ding aus rauszufinden. Hallo? Jetzt könnt ihr noch besser in meine Nasenlöcher gucken. Wow! Der ist so hart so konzentriert auf diese Kamera. Why is it so tiny? Akademie. Is this new toy? Boudi? Yes. Hi! Ja? Bist du hyped? Ich bin so hyped. Ich hab mein Thanos-Shirt an. Geh gleich ins Kino. Geh gleich ins Kino. Geh gleich ins Kino. Geh gleich ins Kino. Und was gucken wir? Spider-C. Das sind unsere Outfits. Hast du bequeme Sachen an fürs Kino? Ja. Ja. Bequem und cool. Das ist wie ich lebe. Dafür steh ich mit meinem Namen. Yes, me is cute. Now this way. Kerl liebt's, durch Beine zu laufen. Jawäi! Ja, super. Stop giving me pets on camera now. I am the tough video star Kaya. Look. Sitz. This is my vlog now. Boop. Boop. Wir sind wieder zu Hause. Wir wollen dann im Kino. Wenn ich das noch nicht mitbekommen. Das war best Spider-Man. Möchtest du nur noch kurz sagen, dass das für dich der beste Marvel-Film war? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich find's manchmal... Das ist der Film jetzt zu vergleichen. Ja. Weil manche auch so unterschiedlich sind. Aber es ist schon wirklich mindestens einer mit einer der Besten. Der war einfach so gut. Wir müssen aber kurz über unsere Kino-Experience reden. Der Saal war mega voll. Wir saßen da so drin, kurz bevor Werbung uns so anfing. Und dann kam noch so eine Frau rein, die hat sich zwei rein vor uns gesetzt. Erstmal hat sie den Platz nicht gefunden und so. Inzwischen war halt ein Platz frei, weil wegen Corona und so. Und dann saß da noch so ein Pärchen neben. Und sie musste dann den Pärchen vorbei. Aber da schon richtig laut war so. Richtig so. Entschuldigung. Da habe ich bei Kaija. Auf jeden Fall. Frau ist da so hergegangen, bla bla. Und dann fragte sie dieses Pärchen so. Im Kinosaal. Also in dem Saal, wo ein Film spielt. Seid ihr hier jetzt auch für Spiderman? Bist du auch hier für neue Spiderman? Was? Nein. Und dann hatten sie sich die ganze Zeit mit denen unterhalten. Ja. Habt ihr auch die anderen Spider-Filme geguckt? Ja. Im Fernsehen auch. Infinity War habe ich letztens geschaut. Habt ihr die auch alle geschaut? Die Avengers-Filme. Die Avengers-Filme. Und bevor der Film anfing, war so genau der mittigste Platz im Saal. So ein Typ nimmt so sein Handy. Der Saal war halt komplett dunkel und werbunglich oder so. Nimmt so sein Handy. Hält das so. Ja und so. Nicht so. Nicht so. So. Die hellste, komplett hellste. Stufe. Helligkeitsstufe die es gibt. Der ganze Raum war hell. Er war einfach so am scrollen. Er war auf Google. Dann war auf Twitter oder Facebook. Reddit oder so. Irgendeine Social Media. Irgendeine helle Seite auf jeden Fall. Die... Es war heller als die Kino-Line. Und dann schreit so einer von ganz hinten so. Ey, kannst du nur dein Handy ausmachen? Er so. Alter sitzt da. Er hat ja gemacht. Fucking hellwitsch. Ja. Er hat dreimal hat eine Person ihn öffentlich an den Pranger stellen müssen, dass er sein Handy ausmacht. Und dann hat er halt so zwei Sekunden vor der Film anfing mein Handy ausmachen. Ja, literally. War ein guter Film. War ein guter Film. Guckt ihn. Ich sah durch wie es ist. Wir haben leckeren Alkofen. Die steht dir wirklich sehr gut. Dankeschön. Ja, ich muss die gerade tragen, weil meine Haare sind sehr scheiße. Das habe ich gerade Mütze getragen. Wir haben einen kleinen Wocheneinkauf mitten in der Woche, weil heute ist Donnerstag und du heizt dein Handy. Wow! Und ich zeig euch schon mal das erste. Wir haben Babyspinat. Wir haben auch mal endlich einen Schleppkuchen gekauft, weil... Dieses Jahr hatten wir auch keinen. Es gibt keine Kinder Schokoweitdachsöhner mehr. Schokolade, die schöne Schoki. Nein. Nächste Woche ist erst Weihnachten, Leute. Wir haben eine Süßkartoffel. Dann haben wir Käse. Ist das für deine Freundin und dich? Ja, der war im Angebot und ich dachte so... Es ist immer gut 43er zu Hause zu holen. Paprika. Paprika. Jochurt. Jochurt. Zwei rote Bullen. Hier ist noch. Dann habe ich noch Erdnussmus, weil mein Erdnussmus vom Kuro ist leer. Und ich habe noch nicht bei Kuro bestellt. Ich brauche das. Nächsten Monat noch 10er packt. Wir haben Zimtschnecken, Leute. Äpfel. Zucchini. Veganer Schinken, Spicker. Aber in dieser veganen Abteilung war so ein Paar. Die waren so 45, 50 oder so. Und sie hat so vegane Frikadellen gesucht. Ich glaube für ihre Tochter. Das klang so. Und dann hat sie sich das so angeguckt. Da ist ja nur dieses Sojakackzeug drin. Und ließ sich das so durch. Und sie hat so... Gibt's denn hier nichts anderes? Und ich dachte mir die ganze Zeit so... Ja, kauft ihr lieber diese Fleischfrikadellen. Die sind wahrscheinlich... Viel geiler. Viel besser. Nee. Bitter Serie. Dann noch mehr Nudeln. Denn es gibt Nudeln. Noch mehr Nudeln. Wir haben aber noch Käse. Ich habe so eine Ofenspirelli a la Mama Monkey Dingens geholt. Weil ich weiß noch, als Kind war die voll geil. Und wir haben hier noch so veganes Hack. Was wir heute leer machen müssen, weil das seit drei, vier Tagen abgelaufen ist. Ja. Wir haben Harumi. Wichtig. Wir haben hier so ein Wandding, weil ich muss Geschenke machen damit. Dann habe ich Lindpralinen gekauft, weil die waren im Angebot. Patrick Star, du bist wirklich der absolute Schnäppchenkönig. Burger Manns. Ein bisschen platt geworden sind. Wisst ihr, was wir mal wieder singen müssen? Burger! Warte, wir müssen das jetzt anfangen, weil im nächsten Clip machen wir die wahrscheinlich. Ja, stimmt. Also singen wir jetzt. Burger! Einfach, gut und lecker! Okay, das war schon richtig scheiße. Ja, bestimmt. Ich mache jetzt Burger. Und ich werde die gleich probieren. Also, ich mache jetzt Burger. Ihr habt doch wahrscheinlich alle schon den veganen Chick... Chicken... Wie heißt der? Long Chicken gegessen, oder? Wenn nicht, dann macht das. Oder macht einen einfach selber zu Hause. Und er schmeckt eins zu eins genauso. Weil diese Veggie-Chicken-Dinger, die sind von The Vegetarian Butcher. Und die haben jetzt diese Crispy Chicky Mickey Burger rausgebracht. Und das ist einfach genau das gleiche und schmeckt so gut. Dazu haben wir dann auch noch die leichte vegane Mayo von Davilae, weil Burger King auch die Davilae vegane Mayo benutzt ist. Ich weiß nicht, ob es genau diese hier ist, aber ich glaube schon. Also braucht ihr einfach nur das. Salat und gute Burger Buns. Und dann habt ihr einfach den veganen Long Chicken. Wir tun da noch Cheddar drauf, weil Cheddar ist geil. Alle meine Käse schwimmen in den Mund. Eigentlich haben wir auch schon... Gemeinsam. Weißt du eigentlich... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich will 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 nicht... Guten Appetit. Haha. Es ist einfach der Long Chicken. Und wir müssen nie wieder zum Burger King. Als ob wir das nie wieder machen. Ja. Aber... Wir holen uns jetzt einfach immer Meckes Pommes und machen den. Ja. Weil Meckes Pommes sind besser als Burger King Pommes. Und dann holen wir uns noch vom Burger King Hot Brownie. Oh. Oh. Sitz. I sitz. Und Pfoti. Both. Und hoch. Yes, me stands. Und Platz. No, I don't. Platz. Please not. Platz. Okay, okay. Peng. Yes, yes, Kai dead. Bist du tot? No, I was playing LOL. Oh, ich dachte schon. Oh mein Gott. Look a fly. Hallo, ich bürste Kai jetzt zum 300. Mal diese Woche. The first Christmas present. Du magst die Kamera, ne? Yes, I am big fan. Und es ist unglaublich, was gerade aus ihr rauskommt. Was ist das? Man denkt aber auch erst, es ist dumm sich was Schwarzes anzuziehen zum Bürsten. Aber eigentlich ist es schlau. Weil ich muss ja so oder so, die ich das Fell von meinen Klamotten machen. Und bei schwarz will ich zumindest, ob es schon überall weg ist. Okay. Platz. What are you doing? Next time just ask please. Yes, this is the best position. Oh, I don't know if good or bad. Yes, me is pretty. Boop. So. Ayo. Let's just go. Allons. know if we are you are you working with me now. Those are the struggles of the world. Love you, вид God, GPанием, Rogue, and Coup, Boop rock, Metro, all about the day today. Sorry, its enough to do it. But really, alla nothing can be ever going.